Jetzt wo wir alle hier sind, können wir endlich mit Dunkey Money anfangen. Bei diesem Spiel ergibt man sich auf eine aufregende Reise in den Alltag. Hört sich alles nicht sehr interessant an. Aber wenn du nicht die nötigen Mittel zum Weiterspielen hast, wird es sehr interessant. Ohne Geld hast du schon verloren. Ernsthaft, jetzt muss ich laufen. Nicht mal für die eine Hose reichsmeingelt. Tja, ich weiß, wie es geht. Tja Leute, ohne Moos nix los. Tja, ich weiß, wie es geht.